Herzlich Willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Und ich bin Gina-Rosa Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Migration und Kriminalität. Welche Bilder bauen sich hier auf, wenn man diese beiden Worte zusammenbringt? Wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir, glaube ich, dabei vor unserem geistigen Auge Personen, die als nicht weiß gelesen werden und Straftaten verüben. Deutsch-Türkische Jugendliche in einer Schlägerei. Automatisch sehen wir hier die TäterInnenseite. Dabei könnte man ja bei dem Thema Migration und Kriminalität auch vorwiegend an die Opferseite denken, an Straftaten, die aus Vorurteilen und Rassismus heraus verübt werden, bei denen Menschen aufgrund ihres gelesenen Migrationshintergrunds eher Opfer werden als andere. Wir haben uns vor dieser Folge gefragt, wie gehen wir dieses Thema an und warum fassen wir das? Denn schürt man nicht mit der ewigen Thematisierung von einem Zusammenhang von Herkunft und Kriminalität nicht gerade diese Vorstellung? Und damit das Vorurteil des kriminellen Ausländers? Einerseits ja, aber andererseits, so haben wir auch besprochen, ist es ein Thema, das in den Medien und im öffentlichen Diskurs einfach präsent ist. Und deshalb erschien es uns wichtig, auch hier eine kriminologische Einordnung vorzunehmen und den Diskurs, um wissenschaftlich fundierte Beiträge zu ergänzen. Letztendlich, und so viel sei an dieser Stelle schon einmal vorweggenommen, sind die Ursachen für Kriminalität die gleichen, unabhängig von dem eigenen Geburtsort oder dem der Eltern oder der Großeltern. Und die Kategorien, durch die wir Kriminalität analysieren, sind natürlich sozial konstruiert, ob wir über Jugend, Alter sprechen, Geschlecht oder andere Kategorien. Warum fragen wir nicht nach dem Zusammenhang zwischen Body Mass Index und Kriminalität oder nach dem Herkunftsbundesland und abweichendem Verhalten? Also insofern, wir sind uns der Konstruiertheit bewusst, aber wie du sagst, es wird so thematisiert und deswegen möchten wir hier auch aus fachlicher Sicht mal eine Einordnung wagen. Wer sind denn eigentlich diese MigrantInnen, von denen wir hier vermeintlich sprechen? Wenn man in die Zahlen guckt, in die Bevölkerungsstatistik, dann wird deutlich, dass man da sicherlich sehr viel mehr differenzieren muss. Denn 2022 hatte ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte. Das sind 20 Millionen Menschen. Wenn man anders differenziert und Menschen mit Migrationshintergrund nach der statistischen Definition anschaut, dann sind es immer noch 15 Millionen Menschen. Also stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich diese Kategorie Migration? Wir können sagen, es ist keine homogene Gruppe von Menschen, sondern die Zuwanderungsgeschichte und Gründe, die ist sehr unterschiedlich. Die Lebensumstände sind unterschiedlich und auch das Alter der Menschen. Also man fasst ja eigentlich mit diesem Begriff Migration Menschen zusammen, wo man sich fragen kann, was ist eigentlich das gemeinsame Merkmal? Denn auch diese wie auch immer definierte Migrationsgeschichte ist ja doch sehr unterschiedlich und insofern ist das schon mal sehr fraglich, diese Kategorie an sich. Das alles ist Anlass genug für uns, sich anzuschauen, was sagen eigentlich die Statistiken, was sagt das Hellfeld, was sehen wir im Dunkelfeld und was ist Stand der kriminologischen Forschung? Unser erster Ansatzpunkt ist ja wie so oft das Hellfeld, insbesondere die polizeiliche Kriminalstatistik. Zu der haben wir schon mal einen Podcast gemacht, in dem wir auch auf die generellen Verzerrungsfaktoren der PKS eingegangen sind. Zum Thema Migration und Kriminalität hat die PKS lange Zeit nur angegeben, ob ein Tatverdächtiger, Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder nicht. Das war so der einzige Anhaltspunkt, um sich diesem Thema über die PKS zu nähern. Das ist natürlich total aussagelos für unsere kriminologischen Fragestellungen, denn wir haben ja eben schon gezeigt, dass Migrationshintergrund schon eine sehr heterogene Gruppe eigentlich umfasst. Wenn wir das jetzt aber auch nochmal auf Nationalstaatlichkeit beziehen, dann zeigt sich dieses Problem ja noch stärker, denn eine Person mit deutschem Pass kann ja zugewandert sein und erst seit ein paar Monaten die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Andersrum kann eine Person ohne deutschen Pass in Deutschland geboren sein und sich von der Sozialisation nicht von Mitmenschen mit deutschem Pass unterscheiden. Also verschiedene Konstellationen sind da möglich, die zeigen, dass die Staatsangehörigkeit als solche doch wenig darüber aussagt über das wie auch immer definierte Phänomen Migrationsgeschichte. Ferner ist es ja auch notwendig, die Anzahl der Tatverdächtigen mit und ohne deutschen Pass auf die Verteilung in der Gesamtbevölkerung zu beziehen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, nehmen wir trotzdem jetzt erstmal diesen Vergleich Tatverdächtige mit und ohne deutschen Pass, so ist das ja nur wirklich interpretierbar, wenn wir wissen, wie viele in der Grundbevölkerung denn mit oder ohne deutschen Pass lebten. Und da gibt es ja schon einen recht deutlichen Verzerrungsfaktor, weil die PKS erfasst alle Straftaten, die in Deutschland auf dem Staatsgebiet passieren. Die können aber auch von TouristInnen ausgeübt werden oder von Menschen, die tatsächlich extra für die Straftatbegehung nach Deutschland kommen, aber hier nicht leben. Das heißt, wenn wir versuchen zu gucken, wie hoch ist der Anteil von Menschen ohne deutschen Pass, die Straftaten begehen an der Bevölkerungsgruppe von allen Menschen ohne deutschen Pass, die in Deutschland leben, dann gibt es da ganz deutliche Verzerrungsfaktoren. Ja, deswegen ist das eigentlich kaum möglich, dass wir sagen, in der PKS sind so und so viele Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit und so viele leben in Deutschland. Diesen Bezug, den kann man da einfach nicht solide setzen. Und deshalb wird die Tatverdächtigen-Belastungszahl, also die Zahl der Tatverdächtigen pro 100.000 der Referenzgröße in der Bevölkerung auch nur für deutsche Staatsangehörige in der PKS ausgegeben, nicht für Nichtdeutsche. Seit 2017 gibt es die PKS jetzt aber auch an, ob es sich um eine zugewanderte Person handelt. Aber es wird nicht erfasst, wann genau die Zuwanderung erfolgt ist. Und auch hier werden dann wieder Menschen in einer Kategorie zusammengefasst, die zum Teil erst seit einigen Monaten in Deutschland leben oder die schon in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Dabei wird jetzt auch der Aufenthaltsstatus erfasst. AsylbewerberInnen, international, national Schutzberechtigte und Asylberechtigte, Menschen mit Duldung, Menschen, die als Kontingent Geflüchtete gelten und Menschen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Und hieran sehen wir auch, diese Gruppe Zuwanderung umfasst jetzt auch nicht alle Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, sondern nur mit einem bestimmten Aufenthaltsstatus. Also wir wissen ja, letztendlich sind die größten Zuwanderungsgruppen nach Deutschland andere, nämlich die EU-Binnenmigration, also Menschen aus anderen EU-Ländern. Dann kommt erst mal lange, lange nichts. Und dann die Gruppe der Asylerstanträge. Das heißt, ja, diese Gruppe der Zuwanderung in der PKS umfasst auch nur einen Teil. Und du hattest eben gesagt, seit 2017 wird das erfasst. Daraus geht auch schon so ein bisschen hervor, vor welchem Hintergrund das eingeführt wurde. Die Zunahme von Geflüchteten 2015, 2016, die Diskussionen, die darum auch in Bezug auf Kriminalität entstanden sind, gaben Anlass, die PKS hier zu erweitern. Und man erfasst nur einen ganz bestimmten Teil von Zuwanderung. Und dass es da eine neue Statistik gab 2017, zeigt ja auch, dass es eine neue Form von Aufmerksamkeit gab auf ein bestimmtes Phänomen. Und das müssen wir auch wieder mitdenken, wenn wir überlegen, wie kommen Straftaten eigentlich ins Hell fällt. Und dann sehen wir, aha, durch Anzeige von Bürgerinnen und Bürgern über 90 Prozent oder auch durch das Kontrollverhalten der Polizei. Es gibt aber wiederum Studien, die zeigen, dass migrantisierte Jugendliche häufiger angezeigt werden als Jugendliche, die als Einheimische oder als Deutsche gelesen werden. Hinzu kommen Phänomene wie Racial Profiling, also dass Polizei ganz bewusst auf Menschen aufgrund ihres Aussehens zugeht und Personenkontrollen durchführt. Und das führt eben dazu, dass bestimmte Gruppen eher in den Kontrollfokus der Polizei geraten. Es gibt Hinweise aus einer europaweiten Befragung, die zeigt, dass Angehörige der jeweiligen Minderheitengruppe in einem Land häufiger kontrolliert werden als die Mehrheitsbevölkerung. Wir werden später ja auch noch über Flucht reden und Straftaten, Gewalttaten, die zum Beispiel im Zusammenhang mit Geflüchtetenunterkünften passiert sind, haben natürlich auch ein viel höheres Risiko, dass das auch der Polizei bekannt wird, weil die Polizei hier auch eher eingeschaltet wird, als wenn das im privaten Rahmen passiert. Also das muss man hier auch bei der Interpretation immer beachten. Und bevor wir jetzt in die Zahlen gehen, müssen wir noch eine Sache vorweg schicken. Einige Straftaten können nur von Menschen ohne deutschen Pass begangen werden, nämlich die sogenannten ausländerrechtlichen Verstöße. Es ist allerdings möglich, sich die Fälle der PKS ohne die ausländerrechtlichen Verstöße anzuschauen und das werden wir im Folgenden auch weitgehend tun, muss man aber eben beim Lesen der Statistik immer im Hinterkopf behalten. Mit diesen ganzen Vorwarnungen schauen wir jetzt mal in die PKS. In der PKS 2022 wurden insgesamt 2 Millionen Tatverdächtige ermittelt, ungefähr. Auch hierüber haben wir schon in der vorherigen Folge berichtet, die PKS gibt ja nicht über verurteilte TäterInnen Auskunft, sondern nur über Tatverdächtige. 37 Prozent dieser Tatverdächtige hatte nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Dieser Anteil verringert sich auf 32 Prozent, wenn wir nur die Taten einbeziehen, die alle begehen können, also ausländerrechtliche Verstöße herausrechnen. Wenn wir jetzt auf das Alter schauen, dann zeigt sich, dass bei den jugendlichen Tatverdächtigen, das sind die von 14 bis 18 Jahren, der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei 23 Prozent liegt. Bei den Heranwachsenden 18 bis 21 Jahren liegt der Anteil ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei 27 Prozent und bei erwachsenen Tatverdächtigen bei 34 Prozent. Wenn man sich jetzt den Bericht des Bundeskriminalamtes anschaut, Zuwanderung im Kontext von Kriminalität heißt er, dann zeigt sich, dass die Mehrheit der zugewanderten Menschen überhaupt nicht mit Straftaten in Erscheinung tritt. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf Januar bis September 2022 und zählt knapp 200.000 Fälle, bei denen mindestens eine zugewanderte Person als tatverdächtig erfasst wurde. Dabei handelt es sich in der großen Mehrheit um Diebstahlsdelikte und um Vermögens- und Fälschungsdelikte. Die dritthäufigste Deliktsgruppe sind Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. In Fällen, in denen sowohl Opfer als auch Tatverdächtige zugewandert waren, rund 26.000 Fälle, lag der Anteil der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit bei 74 Prozent. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und gegen das Leben machen einen sehr kleinen Anteil aus, nämlich einmal rund 4.500 und 200. Und das sind Delikte, die vor allem die öffentliche Debatte bestimmen. Insgesamt zeigt sich aber, dass ZuwanderInnen überproportional im Hellfeld vertreten sind. Allerdings muss man dabei auch beachten, dass wir diese Gruppe auch nicht einfach so eins zu eins mit der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung in Deutschland vergleichen können, denn sie hat natürlich einige Besonderheiten in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bildung und anderen Merkmalen. Also es ist ja kein Querschnitt einer Gesellschaft, sondern wenn wir jetzt an Ukraine denken, dann sind viele Frauen mit Kindern gekommen, die Geflüchteten, die 2016 kamen. Da waren sehr viele junge Männer. Und diese Merkmale haben ja auch einen Bezug zu Kriminalität. Also muss man auch im Kontext noch betrachten. Aber genau diese Merkmale darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, über Alter und Kriminalität, die Jugendzeit und dergleichen, die wirken sich ja auch auf das abweichende Verhalten aus. Wie sieht es jetzt im Dunkelfeld aus? Während im Hellfeld als deutsch geführt wird, wer auch oder nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, werden in den Dunkelfeld-Studien schon die komplexeren Merkmale anerkannt. Und es werden allerdings in verschiedenen Studien verschiedene Kriterien zur Definition der Gruppe MigrantInnen zugrunde gelegt. In manchen Studien gelten zum Beispiel Jugendliche als migrantisiert, wenn sie entweder selbst oder eines der Elternteile im Ausland geboren sind, in anderen nur dann, wenn beide Elternteile im Ausland geboren sind. Manchmal werden Jugendliche auch nur dann als, in Anführungszeichen, deutsch geführt, wenn sie selbst und ihre Elternteile sowohl in Deutschland geboren als auch deutsche StaatsbürgerInnen sind. Und das muss man im Blick haben, weil unterschiedliche Definitionen ja die Studienergebnisse beeinflussen und so unterschiedliche Aussagen zur etwaigen höher Belastung junger MigrantInnen oder Migranten zum Beispiel mit Gewaltdelinquenz oder anderem abweichenden Verhalten beeinflusst werden. Die kriminologischen Studien im Dunkelfeld, die haben ja dann meist auch einen bestimmten Fokus, also zum Beispiel Jugendliche oder Erwachsene. Und wir gucken jetzt mal, welche Erkenntnisse man aus diesen Dunkelfeld-Studien so allgemein ziehen kann. Ganz generell zeigt sich in Studien wiederholt und das sowohl im Inland als auch in Studien im Ausland, dass MigrantInnen der ersten Generation, also Menschen, die selbst zugewandert sind, nicht besonders häufig Straftaten begehen, aber dann in der zweiten Generation eher Probleme auftauchen können. Also dann von den Kindern, die in Deutschland oder in welchem Land auch immer, in dem eingewanderten Land aufgewachsen sind, dann eher vermehrt Straftaten begehen. Die Aussage, dass diejenigen der ersten Generation, also die Zuwandern, weniger straffällig werden, ist vor allem im Zusammenhang damit zu sehen, dass das gilt, wenn sie eine gute Chance haben auf Zugang zum Arbeitsmarkt. Also die Perspektive, die sie in dem neuen Land haben, die ist hier ganz zentral. Was wissen wir aus kriminologischen Studien über das Thema Jugendkriminalität bei Menschen, die migrantisiert sind? Wir sehen höhere Belastungen in Bezug auf Delinquenz und auch in Bezug auf Gewaltdelinquenz. Aber auch da sehen wir, wiederholte und schwere Straffälligkeit ist hier eher selten. Das schließt an an das Thema Jugendkriminalität. Was wissen wir eigentlich über Jugendkriminalität? Auch dazu haben wir schon einen Podcast gemacht. Da gerne nochmal reinhören. Es zeigt sich, dass Jugendliche, die migrantisiert sind, mehr Belastungsfaktoren haben, mit denen sie umgehen müssen. Das Gewaltrisiko erhöht sich nämlich durch einen delinquenten Freundeskreis, durch die Schulform oder Bildung, durch schwere Elterngewalt, durch Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe in der Familie, durch die Zustimmung zu gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen. Und von einigen dieser Faktoren sind einige migrantisierte Jugendliche stärker belastet. Und vergleicht man nämlich Jugendliche, die migrantisiert sind und Jugendliche, die nicht migrantisiert sind, unter den gleichen Lebensbedingungen, dann sehen wir keine Unterschiede mehr im Aufkommen von abweichendem Verhalten oder Kriminalität. Das Interessante finde ich an dieser Analyse ist, dass wir halt hier sehen, dass die Ursachen für Gewaltkriminalität genau dieselben sind, aber dass halt die Jugendlichen, die migrantisiert sind, eher diese Belastungsfaktoren haben. Und bei diesen Faktoren, die du eben genannt hast, kann man sich ja bei einigen auch fragen, woran liegt das denn überhaupt, dass migrantisierte Jugendliche hiervon eher betroffen sind? Also dass sie so selten den Weg zum Gymnasium schaffen und so überproportional auf der Haupt- und Realschule sind, dass ihre Familie von Arbeitslosigkeit betroffen ist oder auf Sozialhilfe angewiesen ist und dergleichen. Also da gibt es einige Sachen, wo man auch sagen könnte, das sind strukturelle, gesellschaftliche, strukturelle Ursachen, struktureller Rassismus vielleicht auch, der hier eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass solche Faktoren wie das Erziehungsverhalten, also Elterngewalt, die man erlebt hat, oder Einstellungen wie gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen, schon welche Faktoren sind, wo man überlegen kann, ist das jetzt so ein kultureller Einfluss? Ist das jetzt etwas, was mitgebracht wurde aus dem Land? Und das muss man sich natürlich auch differenziert anschauen, denn es gibt auch unter Deutsch Gewalt legitimierende Männlichkeitsnormen, es gibt Elterngewalt oder verschiedene autoritäre Erziehungsstile ja auch in Deutschland. Das ist, glaube ich, dann auch oft auch so eine Milieufrage, welche Einstellungen wo verbreitet sind. Und hier kann man bei einigen Sachen durchaus denken, dass es vielleicht eine Milieueinstellung, die irgendwo in der Familie so verhaftet ist, sich natürlich aber auch ändern kann, auch wandelbar ist. Jetzt überlegen wir uns nochmal, Stichwort Flucht. Kann es ursächliche Faktoren geben, die darauf wirken, dass mehr Kriminalität, mehr abweichendes Verhalten passieren könnte? Tatsächlich haben wir im Zuge der Zuwanderung von Geflüchteten in den Jahren 2015, 2016 gesehen, dass es eine Zunahme von Gewalt gab, auch von Diebstahlsdelikten oder Fahren ohne Fahrschein. Eine ähnliche Entwicklung haben wir in den 90er Jahren gesehen. Da ging das dann aber wieder zurück. Wenn wir uns anschauen, wer ist damals nach Deutschland gekommen als geflüchteter Mensch? Dann waren das vor allem junge Männer, die wenig Bindungen hatten bisher in Deutschland und auch selten Familie mit dabei hatten, also die sehr auf sich gestellt waren. Sie hatten keine Arbeitserlaubnis, was mit dem Migrationsstatus eben auch einhergeht. Und wir sehen, dass die Zunahme von Gewalt, die wir gesehen haben, da ging es jetzt nicht darum, die Menschen sind wahllos durch Innenstädte gezogen und haben dann Leute verprügelt, sondern die Gewalt geschah vor allem in den Unterkünften. Auch hier sehen wir wieder eine Homologie von TäterInnen und Opfern, die sich eben in ähnlichen Lebenskontexten bewegt haben. Und wenn man sich nochmal überlegt, wie belastend das sein muss, in so einer Unterkunft unterzukommen, in der man je nachdem sehr beengt wohnt, dass das menschlich herausfordernd ist und man da möglicherweise nicht immer die idealste Form der Konfliktlösung schafft, einzusetzen, kann man vielleicht in einem gewissen Rahmen auch nachvollziehen. Und vor allem, wenn man sich auch vergegenwärtigt, welche Gruppen sind es dann auch? Also jung, männlich, das hatten wir ja auch schon bei der Jungkriminalität, das ist halt sowieso schon ein Risikofaktor. Dann ist noch nicht mal die Familie da, die vielleicht nochmal ein bisschen eingreift. Da kam vieles zusammen. Und die Frage natürlich auch immer der Perspektiven. Hat man da irgendwie ein absehbares Ende, weiß man, wie es weitergeht und dergleichen. Und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das Thema Flucht, Migration, Kriminalität wird uns ja weiter in der politischen Debatte begleiten. Wir leben ja auch zu Zeiten, wo Flucht weltweit einfach so massiv zugenommen hat durch Klimakatastrophen und Konflikte und dergleichen. Und dass man hier sieht, ja, Flucht kann auch dazu führen, dass eine Kriminalitätsbelastung erhöht ist. Aber das ist nicht naturgegeben durch die Flucht oder zufällig, sondern das ist auch beeinflussbar. Also wie Menschen, die neu ins Land kommen, sich hier auch verhalten, ist halt auch von bestimmten Faktoren abhängig, die die Aufnahmegesellschaft schafft. Du hattest ganz eingangs mal gesagt, beim Thema Migration und Kriminalität, da haben wir automatisch die migrantisierte Person als TäterInnen im Blick. Und jetzt... ... ... ...